Guten Morgen Seestadt! Heute ist der 19. Tag, der 10. 12. Puh, wie lange geht das noch? Heute haben wir ein paar Übungen entweder mit Hanteln oder mit einer Fettflasche. Du kannst es nehmen, was du möchtest. Wir starten mit kleinen Armkreisen. Kräftigung für die Schultern. Die zweite Übung, wir drehen und stellen dazwischen die Flasche immer ab. Nehmen wir es wieder hoch, Rumpf drehen. Kräftigung für den Rumpf. Die dritte Übung, die Flasche nehmen wir in eine Hand und übergeben oben. Kräftigung für die Schultermuskulatur. Dann nehmen wir die Flasche, Tischflasche hochhalten, vorne runter und nach oben. Kräftigung ebenfalls für den Rücken und die Arme. Und die letzte Übung, das ist eine Fußmassage, da muss ich kurz danach vorkommen. Wir nehmen die Flasche und machen eine kleine Fußmassage. Da wäre es gut, wenn ihr keine Schuhe anhabt. Die ganz genauen Übungen seht ihr in den Videos. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.